Moin, herzlich willkommen zum siebten Video der Playlist Gebrochenrationale Funktion. Heute dreht sich alles um die Polstelle. Ich erkläre dir ausführlich, was eine Polstelle ist, wie erkennst du diese und welche Arten von Polstellen gibt es. Diese drei Fragen werde ich dir im Laufe des Videos beantworten. Starten wir direkt mit der ersten Frage, was ist eine Polstelle. Bleiben wir gleich einmal bei diesem Beispiel. Eine Polstelle ist eine senkrechte Asymptote. Jetzt fragst du dich vielleicht, was ist eine senkrechte Asymptote. Ich zeichne dir das hier noch einmal ein. Das ist eine gedachte Linie, deswegen macht man sie auch manchmal so gestrichelt. Eine Linie von oben nach unten, deswegen senkrecht. Und diese Linie wird diese Funktion nie berühren oder schneiden. Du siehst, die Funktion nähert sich nur dieser Linie an. Sie geht in diesem Fall in beide Richtungen nach oben ins Plus und Endliche und wird sich immer näher der roten Linie annähern, diese aber nie berühren oder schneiden. Ich gebe dir nochmal ein zweites Beispiel. Es gibt bei dieser Funktion sogar zwei Polstellen, wie du hier eingezeichnet einmal siehst. Und du siehst auch hier der blaue Graph, der nähert sich nur diesen Polstellen von beiden Seiten an, wird diese aber nie schneiden oder berühren. Machen wir weiter mit der nächsten Frage, wie erkenne ich überhaupt eine Polstelle? Eine Funktion besitzt eine Polstelle, wenn der Nenner eine Nullstelle hat und diese nicht Nullstelle vom Zähler ist. Diese Aussage deckt, sage ich mal so ganz grob, 95% aller Fälle ab. Wenn diese Aussage also wahr ist, hast du auf jeden Fall eine Polstelle vorliegen. Und bei fast allen Aufgaben, deswegen habe ich auch 95% geschrieben, trifft dieser Satz zu. Ich habe leider aber in anderen Videos und sogar Büchern gesehen, dass die restlichen 5% der Fälle gar nicht abgedeckt werden. Die erkläre ich dir gleich noch einmal im Anschluss, aber erstmal bleiben wir bei den 95%. Wir schauen uns jetzt unterschiedliche Beispiele an. Erstes Beispiel, f von x ist gleich 1 durch x². Hier sehen wir, wir haben eine Nullstelle im Nenner, das heißt, wenn wir für x gleich einmal 0 einsetzen würden, hätten wir auf jeden Fall eine Nullstelle. Und grafisch würde das so aussehen, wir hätten genau hier bei x gleich 0, das können wir uns markieren, von unten nach oben diese senkrechte Asymptote. Wir sehen hier, der Zähler ist ja gleich 1. 1 kann nie 0 werden, hat also gar keine Nullstelle. Und somit haben wir auf jeden Fall eine Polstelle vorliegen. Machen wir weiter mit dem zweiten Beispiel einmal. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter, also die Funktion sieht jetzt ein bisschen komplizierter aus, aber das macht gar nichts. Wir gucken uns erstmal den Nenner an und im Nenner sehen wir ein Produkt von zwei Faktoren. Hier einmal x plus 2 und x minus 2 in Klammern. Und hier sind auf jeden Fall die Nennernullstellen, wenn x gleich minus 2 wird oder wenn x gleich plus 2 wird. Nämlich, wenn man diese Werte in die Klammern einsetzt, wird eine der Klammern 0 und somit wird der ganze Nenner 0. Also haben wir hier zwei mögliche Polstellen. Nun steht aber noch in dem Satz, und diese nicht Nullstelle vom Zähler ist. Nun müssen wir uns also den Zähler einmal anschauen, x plus 0,5. Und jetzt müssen wir für x die Werte einmal einsetzen. Also einmal für x gleich minus 2 setzen wir ein. Dann steht da minus 2 plus 0,5. Und wichtig, das ist ungleich 0. Wenn es ungleich 0 ist, haben wir auf jeden Fall eine Polstelle vorliegen. Weil dieser Wert x gleich minus 2 ist halt nicht Nullstelle, auch gleichzeitig vom Zähler. Und genau das machen wir mit dem anderen Wert nochmal. Mit x gleich plus 2 setzen wir auch noch einmal ein. Und hier sehen wir auch, 2 plus 0,5 ist ungleich 0. Und somit sind beide Werte minus 2 und plus 2 Polstellen. Das war es mit den beiden Beispielen. Und jetzt beschäftigen wir uns mal mit den anderen 5%. Es ist nämlich so, dass eine Nullstelle vom Nenner und vom Zähler auch gleich sein kann und es trotzdem eine Polstelle gibt. Das ist ganz interessant und ich erkläre dir gleich, in welchen Fällen das eintritt. Ich diktiere dir mal einen Satz und danach schauen wir uns den mal explizit von Beispielen an. Eine Funktion besitzt eine Polstelle, wenn die Nenner- und Zählernullstelle gleich sind und die Vielfachheit der Nennernullstelle größer ist als die der Zählernullstelle. Im letzten Video bin ich auf die Vielfachheit von Nullstellen eingegangen. Deswegen war dieses Video relativ wichtig für dieses Video. Wenn du das nicht gesehen hast, würde ich es dir nochmal empfehlen. Sonst erkläre ich es jetzt auch nochmal ganz kurz, in einer ganz kurzen Zusammenfassung, was diese Vielfachheit bedeutet. Starten wir mit dem ersten Beispiel. Wenn wir uns diese Funktion angucken, sehen wir jetzt hier im Zähler x minus 1. Und hier sehen wir auf jeden Fall, eine Nullstelle wäre, wenn ich für x gleich 1 einsetze. Wenn wir uns den Nenner anschauen, sehen wir hier auch x minus 1 einmal in Klammern ins Quadrat. Und hier ist auch x gleich 1 eine Nullstelle. Wir sehen aber im Nenner, sehen wir, dass x minus 1 in Klammern ins Quadrat steht. Und das Quadrat gibt mir an, dass die Vielfachheit der Nullstelle gleich 2 ist. Und somit ist die Vielfachheit der Nennernullstelle in diesem Fall größer als die Vielfachheit der Zählernullstelle. Im Zähler kommt es halt nur einmal vor, im Nenner kommt es zweimal vor. Und deswegen ist die Vielfachheit der Nennernullstelle größer. Und somit haben wir hier auf jeden Fall eine Polstelle vorliegen. Verändern wir mal diese Funktion. Ich setze jetzt einmal Klammern, x minus 1 in Klammern und schreibe ein Quadrat darum. Jetzt sehen wir jetzt, dass die Zähler- und Nennernullstelle die Vielfachheit gleich ist. Und wenn die Vielfachheit gleich ist, haben wir keine Polstelle bei x gleich 1 vorliegen. In diesem Fall hätten wir nur eine Polstelle vorliegen bei x gleich minus 2 aus dem anderen Faktor. Und jetzt, wenn wir uns diese Exponenten jetzt hier oben nochmal angucken, die 2, wenn der größer wird, wenn jetzt hier zum Beispiel eine 3 steht, wie jetzt einmal eingeblendet, hätten wir auch keine Polstelle. Also die Vielfachheit der Nennernullstelle nochmal muss größer sein als die der Zählernullstelle. Wenn wir mal auf unsere Ausgangsfunktion zurückgehen, ohne Klammern und ohne einen Exponenten, wenn da x minus 1 steht, könnte man jetzt auch einfach mal kürzen. Wir könnten x minus 1 kürzen und gegen x minus 1 einmal im Nennern, das kommt ja doppelt vor aufgrund des Quadrates, dann würde das dort stehen. Und stehen bleiben tut nur noch 1 durch x plus 2 und x minus 1 jeweils in Klammern. Und hier erkennt man auch ganz gut, wenn man kürzen kann, haben wir gar keine Zählernullstelle mehr, nur noch eine Nennernullstelle. Und daran erkennt man, dass wir auf jeden Fall definitiv hier 2 Polstellen haben. Machen wir weiter mit dem zweiten Beispiel. Diese Funktion schauen wir uns jetzt noch einmal an. Wir können uns einmal den Zähler anschauen, dann steht 3x² minus 3. Da kann man sich überlegen, wann wird dieser Term 0. Das können wir jetzt auflösen mit Äquivalenzumformungen. Das Ergebnis würde hier sein, dass wir einmal herausbekommen x1 gleich 1 und x2 gleich minus 1. 2 Nullstellen vom Zähler. Schauen wir uns jetzt den Nenner an. Dort steht x hoch 3 minus 1 und da ist das einzige Ergebnis, was rauskommt, ist x gleich 1. Diese Nullstelle ist aber eine dreifache Nullstelle, die Vielfachheit 3. Aufgrund des Exponenten hier oben haben wir eine x hoch 3 stehen und das haben wir hier eine dreifache Nullstelle vorliegen. Und hier sehen wir wieder, die Nennernullstelle ist auf jeden Fall größer als die der Zählernullstelle. Also die Vielfachheit ist ganz wichtig und somit haben wir hier auch eine Polstelle vorliegen. Das war es schon jetzt mit diesen Beispielen, wie du eine Polstelle erkennen kannst. Machen wir jetzt einmal weiter mit der nächsten und letzten Frage, welche Arten von Polstellen gibt es? Und hier ist die Vielfachheit auch ganz, ganz entscheidend. Schauen wir uns erstmal aber eine Funktion an. Du siehst sie hier einmal eingeblendet. Der Graph zu der Funktion würde so aussehen. Wir sehen hier eine rote Polstelle markiert und das ist eine Polstelle mit Vorzeichenwechsel. Weil der Graph einmal in die eine Richtung geht, also nach oben in das Unendliche und von der anderen Seite geht es ins Minusunendliche, also nach unten. Vorzeichenwechsel halt, weil es einmal nach oben, einmal nach unten geht. Jetzt gibt es das andere Beispiel noch. Einmal hier gelb markiert bei der Polstelle geht es beides in die gleiche Richtung. In diesem Fall nach oben und das nennt man eine Polstelle ohne Vorzeichenwechsel. Diese beiden Fälle gibt es. Und jetzt ist ganz wichtig, die Vielfachheit von Nullstellen gibt mir Auskunft darüber, welche Art von Polstelle vorliegt. Und da gibt es eine ganz einfache Regel. Ist die Vielfachheit der Nullstelle ungerade, so wie wir es hier oben einmal sehen, die 3 ist eine ungerade Zahl, x plus 2 in Klammern hoch 3. Wenn wir da minus 2 einsetzen, ist das eine ungerade Vielfachheit. Und deswegen ist die rote Polstelle auch eine Polstelle mit Vorzeichenwechsel. Und ist die Vielfachheit gerade, so wie bei der 2, weil die 2 eine gerade Zahl ist, 2, 4, 6, 8 wären alles gerade Zahlen, dann haben wir eine Polstelle ohne Vorzeichenwechsel vorliegen. Wenn du dir das merkst, wirst du diese Frage immer richtig beantworten. Und ja, mehr gibt es auch dazu nicht zu sagen. Es gibt diese beiden Arten von Polstellen. So erkennst du sie. Ja, damit bin ich jetzt auch fertig mit der dritten und letzten Frage. Im nächsten Video geht es weiter mit der hebbaren Definitionslücke. Ich erkläre dir natürlich wieder, was das ist und vor allem, wie du diese erkennst. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Ciao, ciao.